ARD Text im Auftrag von Funk Ich hab Schiss! Ich hab nie gedacht, ich hab so viel Schwitze. Ich hab das Gefühl, ich tu allen leid. Und jetzt? Ab aufs Eis! Wenn du in den Kurven bist, bleibst du in der Hocke. Das sieht im Kinder-Eishockey-Training besser aus. Ich bin mehr so der Typ sinnlos draufballern. Ich hab nichts verstanden. Wie so eine wirre Tanz-Choreografie. Und ich bin die kleine, dicke Tänzerin, die nicht mithalten kann. Ja, läuft mal. Oh Mann! Ich krieg gar nichts hin. Aber ich kann ganz toll stehen. Ich glaub, die ganz große Eishockey-Karriere bei mir wird's nicht mehr. Viel Erfolg für die Saison! Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir dich mal wiedersehen. Klar! Dann aber lieber auf der Tribüne und nicht auf dem. Sehr gerne!